Bald darf ich hoffentlich meine Gäste wieder persönlich zu einer Tasse Kaffee treffen. Aber heute gibt es eine weitere Stay-at-Home-Folge von Erstmann Kefkin. Lars, schön, dass das geklappt hat. Erst einmal die Formalitäten. Hier ist dein Kaffee. Ovo, vielen Dank. Bei zwei Kindern, die zurzeit nicht in die Kita gehen dürfen, braue ich denn. Ja, das kann ich mir denken. Habe ich ja auch zu Hause. Ich fühle also mit. Erzähl mir was zu deinen Haaren. Ich sehe, die werden immer, immer länger. Ist das jetzt so dieser Trend? Ist das Quarantäne-Wachstum, was du da wachsen lässt? Nein, also das hat nichts mit Corona zu tun oder weil mein Friseur gerade zu hat, sondern ein ganz einfacher Grund. Ich weiß nicht, hier oben werden die Stellen deutlich kahler. Ja. Und wenn man die Haare ein bisschen länger hat, dann kann man das so ein bisschen drüber kennen. Ein Problem, das du anscheinend kennst. Ja, ich kenne das tatsächlich, denn ich bekomme hier vorne auch immer mehr Lücken rein. Aber ich habe noch genug Mähne, um sie drüber zu legen. Aber das Problem ist mir ja definitiv bekannt. Lars, wie sieht dein Tage-Moment aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Es passiert ja nicht so viel, auch in der Jugend nicht, wo du verantwortlich bist. Was machst du so mit deiner Zeit? Ich habe mir irgendwann mal eine Liste an Büchern zurechtgelegt, die ich lesen wollte. Davon, der Stapel ist leider nicht leider geworden. Wir haben inzwischen auch in der Nachwuchsabteilung 100 Mitarbeiter. Also irgendwas steht immer an. Videokonferenzen, die natürlich auch deutlich länger dauern als normale Meetings. Dann immer in irgendwelchen Kommissionen oder was auch immer. Ja, wenn ich dann, also dementsprechend bin ich schon relativ oft in einer Geschäftsstelle. Und wenn ich dann nach Hause komme, ja, dann warten halt zwei kleine Kinder auf mich. Und die wollen natürlich auch gespaßt werden. Also ich, am Abend weiß ich schon, was ich gemacht habe. Lars, ich möchte mit dir heute über das Thema Entscheidung treffen sprechen. Du bist auf jeden Fall jemand, der Entscheidung treffen muss. Du bist ja auch verantwortlich für einen ziemlich großen und wichtigen Bereich. Bist du eher jemand, der das aus dem Kopf tut? Oder bist du so ein Bauchmensch und sagst, ich habe da ein Gefühl, probiere mal das machen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Deshalb trinke ich einen Schluck hier von meinem Liter Kaffee, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, ja. Also ich finde es immer blöd, wenn ich es selber ansprechen muss. Aber zum Beispiel mein Tor 97 Champions League Finale. Da sagen die Leute natürlich, boah, intuitiv, alles richtig gemacht. Aber so ist es natürlich auch nicht gewesen. Seit meiner Jugend habe ich das eigentlich geübt beim Torschuss. Einmal mit rechts geschossen, einmal mit links. Und der dritte war ein Heber. Insofern habe ich das auch schon tausend Mal gemacht. Und ich glaube, so ist es eigentlich immer bei Entscheidungen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, ganz viele Infos zu haben, auf denen du dann Entscheidungen treffen kannst. Und deshalb glaube ich, je mehr Infos in deinem Kopf sind, umso ein besseres Bauchgefühl hast du auch. Und kannst du auch dementsprechend aus dem Bauch heraus entscheiden. Du bist jetzt seit 30 Jahren fast beim BVB. War das eigentlich, hast du irgendwann gesagt, pass mal, ich bin Lars Ricken, ich möchte 30 Jahre beim BVB bleiben. Oder hat der BVB entschieden, dich nicht mehr gehen zu lassen? Wie war das eigentlich? Ja, hoffentlich beides. Ich glaube, ich bin in Dortmund geboren. Mein Vater hat beim BVB gespielt. Ich habe auf der Südtribüne gestanden, 15 Jahre für den BVB auch gespielt, dann im Profibereich. Und jetzt glaube ich auch schon über zehn Jahre Nachwuchskoordinator tatsächlich. Und ja, da muss ich sagen, gibt es schlimmere Schicksale als meines. Das glaube ich. Und wenn der Verein dann noch sagt, Mensch, cooler Junge, den wollen wir hier lange haben. Und dann freut mich das natürlich und geben mir natürlich auch schon eine hohe Verantwortung für den Nachwuchsbereich. So was Strategie, Finanzen, Personalentscheidungen angeht und so. Und fühle mich da extrem wertgeschätzt. Und ja, eventuell dann auch die nächsten 30 Jahre. Du füllst das ja aber auch gut mit Leben. Ja, warum nicht? Du bist ja auch noch jung. Insofern kann ja noch was kommen. Ja, da gibt es zwei Meinungen. Inzwischen ist es so, dass ich sogar älter bin als die Eltern der Jugendspieler. Der Jugendspieler. Und daran merkt man... Ja, das stimmt. Ja, du hast ja auch ein paar noch jüngere. Ja, das stimmt. Was muss ein Jugendspieler haben, um beim BVB wirklich erfolgreich zu sein? Also im Nachwuchs. Ich glaube, darüber haben wir uns alle Mitarbeiter im Nachwuchsbereich echt... Machen wir uns viele Gedanken. Das sind so Sachen wie Bodenständigkeit, Identifikation. Nicht nur mit dem Verein, sondern wirklich auch mit seinen Mitspielern, mit der Stadt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Widerstandsfähigkeit. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt, wir nennen das so intrinsische Motivation. Also wirklich die Eigenmotivation. Wir stellen so viel zur Verfügung. Du kennst unsere Braken, unsere Infrastruktur. Wir haben nicht nur hauptamtliche Cheftrainer, sondern Athletiktrainer, Reha-Trainer, Psychologen, Pädagogen. Aber wenn du dann, wenn du nicht bereit bist, das auch anzunehmen, dann hast du heutzutage keine Chance mehr. Und wenn man sich, glaube ich, auch Biografien von ehemaligen Sportlern anschaut, dann ist immer, ich habe einfach mehr gemacht als alle anderen. Ich glaube, das kommt dann auf den Punkt, den man drauf braucht. Aber es schaffen ja, und das gehört auch zu deinem Job, es schaffen ja längst nicht alle. Also jedes Jahr kommen ja da zig Spieler raus, ich sage jetzt mal aus der A-Jugend, und meinen oder hoffen, dass sie Profi werden. Und die schaffen es nicht. Und die meisten auch nicht beim BVB. Wie bereitet man sie A darauf vor, also beide Richtungen, sowohl auf die Profikarriere, auch darauf, dass es nicht klappen kann. Und wie hart sind diese Momente, wo du dann quasi mit den Jungs oder den Eltern zusammensitzt und sagst, sorry, aber es geht hier nicht weiter. Ja, das ist ein schmaler Grad zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Ich glaube, wenn es irgendwann bei uns nicht mehr weitergeht, ist, glaube ich, Offenheit ganz wichtig. Wir suchen dann das Gespräch nicht nur mit dem Spieler, sondern eben auch mit den Eltern. Und auch der Trainer muss dabei sein, um einfach zu erklären, warum oder beziehungsweise warum nicht. Und wir sind dann auch immer hilfreich, dann einen anderen Verein zu finden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und auch mitzugeben, wenn man es bei Borussia Dortmund natürlich irgendwann nicht mehr schafft, dass man dann nicht gescheitert ist oder versagt hat. Ich glaube, gerade mancher Sport gibt einem so viel mit. Leistungsbereitschaft und Disziplin und Erfolge feiern und mit Niederlagen umgehen. Und auch Toleranz. Ich meine, bei uns macht es keinen Unterschied, welche Hautfarbe du hast, Religion oder Nationalität. Und das kannst du im Zweifel zu einem anderen Verein mitnehmen oder eben auch in dein Leben integrieren, dass du, wenn du nicht im Fußball erfolgreich bist, aber immer noch die Chance hast, in allen anderen Lebensbereichen erfolgreich zu sein. Also kann man schon sagen, ihr bildet eigentlich nicht nur Fußballer aus, sondern ihr formt auch Menschen im Nachwuchs von BVB. Ja, im Optimalfall ja. Ja, und ich glaube, das machen wir wirklich auch glaubwürdig. Und das ist dann auch der Grund, warum sich viele junge Spieler tatsächlich eben auch für Borussia Dortmund entscheiden. Zum einen, weil wir sportlich total ambitioniert sind, die besten Spieler haben wollen und auch gerne deutscher Meister werden wollen. Aber das alles in einer sehr familiären Atmosphäre. Was war denn abseits vom Fußball, vom Beruf, von all dem? Was war deine beste Entscheidung, die du je getroffen hast? Und jetzt ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Nein, 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 das ist eigentlich ganz einfach. Einmal mein Abitur gemacht zu haben. Ich war ja zweieinhalb Jahre Profi und bin nebenbei noch zur Schule gegangen. Das hat mir unheimlich viel gegeben. Das war nicht einfach, aber als ich dann Schule beendet hatte, hat sich dann Fußball wie Freizeit angefühlt. Das hat mir eine unheimliche Stärke gegeben und hat mir auch die Möglichkeit gegeben, während meiner Karriere auch noch zu studieren. Das war das eine. Und das andere ist ganz klar, meine jetzige Frau geheiratet zu haben und zwei Kinder bekommen zu haben. Und ja, das hat so gut geklappt. Und jetzt exklusive News, dass meine Frau schon wieder im fünften Monat schwanger ist. Und ich kann dir einen, falls du auch nochmal nachdenkst, kann dir einen Tipp geben. Also wir haben auch schon einen Namen, den sage ich jetzt hier noch nicht, aber unseren Kindern, weil sonst glauben die Kinder nämlich, sie hätten Mitspracherecht bei der Namensgebung. Und dann würde unser Neugeborenes entweder Bobo, Bär oder Stinkefuß heißen. Und dementsprechend ist ein guter Tipp. Ja, sehr gut. Aber herzlichen Glückwunsch dazu und toi, 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 alles Gute. Schöne, schöne News, finde ich. Genau gut, dass du gerade nochmal einen Schluck genommen hast. Kaffee, denn jetzt musst du wach sein. Ich möchte, dass du ein paar Sätze für mich beendest, wenn das für dich okay ist. Okay, die neongelben Trikots der 90er waren? Ja, die waren geil. Bei dir, das habe ich schon gesagt, gibt es auch bei mir immer nochmal eine Zeitzeuge, wo ich so ein Trikot unterschreiben muss. Also es leuchtet einem noch eine Gänse auf über den Rücken, weil es ja auch ein Trikot ist, mit denen wir so unsere größten Erfolge gefeiert haben. Und ja, im Stadion sieht man ja auch noch unheimlich viele Fans mit diesem Trikot rumlaufen. Und ja, es kommt ja alles irgendwie wieder. Und wer weiß, vielleicht setzt Puma irgendwann nochmal hin. Auf Neon, ja, wer weiß. Die einen lieben es, die anderen können es nicht leiden. Aber es waren besondere Trikots, auf jeden Fall. Ein unerfüllter Wunsch von mir ist? Ich würde, ich würde, ja, eigentlich jammern auf hohem Niveau. Ich würde gerne besser Gitarre spielen können. Gitarre spielen war für mich Hexenwerk. Und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt fange ich mal an. Und ich kann es einigermaßen, aber ich würde es gerne perfektionistisch können. Und da fehlt mir leider jetzt auch die Zeit für. Und leider hast du wahrscheinlich jetzt auch keine Gitarre, dass du uns mal kurz zeigen könntest, wie weit du bist. Ah, doch hier, nein. Ja, 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 ja. Habe ich nicht. Zumal du dann singen müsstest. Oh, ja, nee, nee, lass das. Nee, lass mir, lass mir. Das ist lange her, genau. Wenn ich die Musik höre, wo wir schon beim Thema sind, die heutzutage in der Kabine läuft, dann? Ja, geht gar nicht. Also, ich glaube, im Jungbereich, im Profibereich hört sich es ähnlich. Man kann es sich nicht anhören. Aber ich muss tatsächlich sagen, im Zweifel war ich auch nicht besser zu meiner damaligen Zeit. Ich habe ja eher so Heavy Metal und Hard Rock gehört. Und damals gab es noch nicht so tolle Kopfhörer wie jetzt. Und das habe ich dann natürlich im Mannschaftsbus voller Lautstärke. Da habe ich nicht nur gehört, sondern der halbe Bus. Vor mir saß Michael Zorc. Der war einige Male einigermaßen genervt von mir. Sehr gut, sehr gut. Das erste Spiel im Signal Iduna Park mit Fans wird? Ja, das wird großartig. Dann können wir endlich mit unseren Fans gemeinsam die deutsche Meisterschaft feiern. Ja, oh, oh, oh. Wir kommen aber auch jetzt wirklich zum Ende. Ich habe nur noch gehört, jetzt hast du so viel Zeit zu Hause. Ich habe gehört, du bist so ein bisschen, oder ich denke, du bist so ein bisschen einer, der sich auch neu ausprobiert. Und kochst du jetzt ein bisschen mehr zu Hause? Also ist das so, dass du dich da mal ein bisschen verselbstständigst, wollte ich gerade sagen? Das Einzige, was ich kochen kann, ist Kaffee. Ich habe mir allerdings jetzt tatsächlich einen Gasgrill, nachdem das Wetter zu gut war, Gasgrill organisiert. Ich habe mir dort in so einem Wok so eine Gemüsepfanne gemacht und daneben so ein Hähnchenbrustfilet. Und es war wirklich, es war perfekt. Aber ich glaube, Anfängerglück. Ja. Und das Gleiche ist ja beim Grillen und auch beim Sport das Gleiche. Erfolge sich zu holen, ist das eine, sie aber zu bestätigen, das andere. Das steht noch aus, ob das jetzt Anfängerglück war oder ob dein Fall ein Schlummer. Sehr gut. Lars, darüber reden wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, auf ein Käffchen. Und dann klären wir auch, ob Grillen wirklich kochen ist. Aber das ist ein Thema fürs nächste Gespräch. Lars, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und bleib gesund vor allem. Toi, toi, toi und alles Gute für die Familie. Großartige Nachrichten. Danke. Bis dann, Lars. Ciao. Ciao. Ciao.